Du sagst, ich soll Ansage machen? Ja. Dann mache ich Ansage. Also, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Together Star Wars Battlefront. Ja, du darfst natürlich auch direkt wieder bestimmen, was wir machen. Ja. Außerdem musst du mich immer noch einladen. Ich weiß, ich wollte bloß kurz den Atta Atten durchlaufen lassen durchs Bild, weil das ist nämlich gerade richtig cool in der Hinsicht. So, jetzt gehe ich auf Connecten und jetzt werde ich dich mal kurz einladen. Ja, Connecten wir uns ein bisschen. Was? Wie bitte? Ich hoffe mal, ich muss dich jetzt erstmal gerade wieder finden bei so tausenden von Leuten, dass ich dich dann nicht auf die schnelle Art und Weise einladen kann. Wir machen eine private Sitzung natürlich, acht Spieler, bla bla, Party. Ich hoffe, dass wir heute mal so einen Glückstag haben und dass wir heute so ein bisschen auch eine Gewinnchance haben und nicht schon wieder hier 40 Millionen Mal verlieren. Wie in den Aufnahmen davor oder die davor, die wir eigentlich gar nicht erst hochgeladen haben, sondern uns gesperrt haben. Ähm, du müsstest eine Einladung erhalten haben? Ja, ich habe eine Einladung erhalten. Sehr gut. Dann nimm sie an. Ja, bin dabei. Sehr gut. Gut. Warte, bitte. Warte, ich warte. Gut, du bist drin und dann lade ich dich mal als Partner ein. War das so? Hat es mal einen Moment gedauert, jetzt funktioniert es. So, jetzt werde ich nochmal ganz kurz bei dem Sammler drauf gehen und werde gucken, was mein Güteauftrag macht. Weil ich habe ja sowas aktiv und muss ja mal schauen, wie viel ich noch was erledigen muss, 52 Prozent. Stimmt, ich muss ja auch noch, ne? Ich gewinne eine Runde. Ah, wir müssen den Dingen spielen, Todesstern. Wo hast du das gerade gesehen, was du noch verfügbar hast? Zur Verfügung, was du noch machen musst? Einfach bei Chabba, ne, bei, wer ist denn das, Boba, ne, Chabba, die hat, ähm, gucken, was du ausgewählt hast. Du hast ja mit Sicherheit auch eins gekauft, oder? Ja, wo genau hast du das gesehen? Ich finde das jetzt gerade auf Anhieb nicht. Ich sehe das auf, ähm, jetzt, ähm, einfach runterscrollen und gucken, wie viel Prozent bei einem noch da sind und dann weiß ich ganz genau, dass ich das noch machen muss. Oder du gehst einfach oben, wo alle, da gibt es einen, der heißt aktiv und da weißt du ganz genau, den musst du noch machen. Du weißt, wo ich bin. Äh, nö. Jetzt gehen wir von oben bei Spiel, ich bin jetzt bei, wir werden bei Spielen sammeln, Statistiken und da. Richtig, du gehst auf Sammeln. Ich gehe auf Sammeln. Dann gehst du auf Freischalten. Genau, die Info wollte ich haben. Und dann diese Huttenaufträge. Und da steht Hüteraufträge, Huter, Hutten. Ja, Hutten, Hutten. Ah, ich hab keins. So, dann hast du alle aktiv freigeschalten und gesperrt. Ja. So. Und bei meinen Aktiven ist einer aktiv und dann muss ich jetzt noch... Ah, Sunless Formation ist. Okay, ich muss 30 Kills bei der E3 machen und die Blaster-Serien habe ich drin. Alte 10 Generatoren-Verteidigungsevents. Wohl, Moment, ich kann mal was... Ich hab ja schon viel zu Kohle dabei. Ich werde jetzt natürlich mir noch eine Granate kaufen. Stimmt, ich werde mir auch was kaufen, weil wir haben nämlich gerade beim Spielbeginn eine Dingens bekommen. Ähm, ba-ba-bam. 5000 Punkte. Und deswegen werde ich mir jetzt quasi auch die... Den Thermal-Dizonator kaufen. Boom. Oh, ein Präzisions-Truppler. Oh, ein Schorschützengewehr. Sehr schön. Werde ich mir doch gleich mal gönnen. Erziele 15 Kopfschüsse. Ja, ich glaube, das werde ich im Laufe des Spiels irgendwo herbekommen. Ja. So, dann habe ich das zumindest auch drin. Ich habe nichts weiter. Gut. Ja, ich habe, glaube ich, was ich wollte. Ich werde mal kurz um meine Hand gehen. Erziele 3 Präzisionsgewehr-Serien. Oha. Naja, ich hoffe, dass das mal funktioniert. Also wir müssen Todesstern spielen. Wir spielen heute mal wieder Todesstern. Auch drin. Ja. Gut. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich habe auch diese scheiß Thermal-Ditonatoren, die wir auch... Die uns ständig ärgern. Dann werden wir hier Todesstern spielen. Den werden wir vielleicht nachher brauchen, den Thermal... Dingens, wenn wir im Schiff drin sind. Wir spielen auf der Imperium-Seite. Oh, wir sind die Bösen. So ist es. Wir sind sogar einer mehr. Die Bösen würde ich jetzt nicht sagen. Eher die Besseren. Ja, die Besseren ist was anderes. Das weiß ich doch nicht. Ich kann mich noch nicht... Aber das Thermal ist immer besser. Das wird sich im Lach des Spiels zeigen, ob wir die Besseren oder nicht die Besseren sind. Immer. Das dauert jetzt wieder ein bisschen, weil ich habe ein kleines Ladebildschirm. Ja, ich habe auch noch den Kampfstern und Krater. Übrigens haben sie mir tatsächlich Musik gesperrt von Star Trek. Äh, von Star Wars. Hm, kenne ich. Da dachte ich mir, hä, wieso? Das Lustige ist, dass YouTube mir zum Beispiel ein Video gesperrt hat, weltweit gesperrt hat, was ich am Wochenende im Stadion aufgenommen habe, ein privates Video. Und das haben sie mir tatsächlich weltweit gesperrt. Ich habe es sogar mittlerweile gelöst. Ich weiß ja, was passiert. Okay. Ja, sehr nervig, aber ich weiß nicht, was YouTube... Es war irgendwo ein Lied drin, was denn wohl nicht passte. Ja, so scheiße, so man. Sorry. Ich weiß gar nicht. Ich habe es nicht, glaube ich, nicht mal monetarisiert. Also es war einfach nur ein privates Video, was ich mit dem Handy gemacht habe und dann mal YouTube hochgeladen habe. Nix wildes. Ups, falsche Taste. So, jetzt gucken wir mal, was ich da... Mal wieder reinkommen, ins Fliegen. Ja, ich muss gerade mal gucken, ob ich jetzt irgendwie einen Feind sehe. Die Frage ist, wo hängen sie denn rum? Ich sehe halt nur Schüsse irgendwo. Wenn auch keils sind. Sicher hängen die irgendwo hinter uns oder so. Ja, vorne. Vor uns. Ah, jetzt war es. Glaube ich. Also ich sehe sie zwar auf der Kadri, aber ich sehe sie persönlich nicht. Jetzt sehe ich, jetzt habe ich zum Beispiel gerade Schüsse gespürt. Ja, ich sehe sie auch auf, nur auf den. Ja, jetzt blau ist unten, aber ich sehe auch auf der Kante, dass er nur ein roter Punkt ist, nur um die Droge. Ja, aber das liegt zu bescheiden. Da ist was. Ja, da komme ich dran. Ich bin fast in das Schiff reingeflogen. Oh, blau hat blau getötet. Das ist was anderes. Was ist denn heute los? Au, au, au. Warum? Spüren wir mal mit was agressiveren. Abklingzeiten sind kürzer, sehr schön. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich habe hier drei Punkte, aber... Wir sehen, tue ich noch gar nichts. Ich fliege momentan so ein bisschen durch die Gegend. Was, ich werde aber auch immer bloß geschossen. Ich werde es hängig machen. Da, bleib doch hier. Hilfe. Na, ich weiß nicht, wo sie jetzt haben. Sammeln die sich die Jäger. Was haben denn da los? Was will ich denn machen? Scheiße, ich habe mich jetzt erwischt. Jetzt habe ich was erwischt. Jetzt, 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 jetzt. Jo. Ich habe einen vernichtet. Ja, sonst hätte ich auch gerne. Wie gesagt, ich stelle mal ab und an einen, aber... der ist dann auch ganz, ganz schnell wieder weg. Was? Warum? Wie konnte der nicht erwischt werden? Ich habe den Kill nicht gekriegt, schade. Was ist denn da los heute? Ich weiß nicht, was will ich denn mal. Ich habe nichts. Hm. Sehr... Das ist gerade ein bisschen langweilig so. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr X-Shine. Das scheint mir nicht zu viel an. Ich meine Finder, fange ich jetzt. Ja, ich habe es nicht mehr. Schon hast du da noch mal ein bisschen mehr. Ja. In der Leck? Ja, schon. Ja, ich muss gerade gucken. Ich muss wieder sehen. Ich heiße, ich sehe nicht mit. Ah, ist klar. Du triffst mich natürlich ohne Probleme. Was für ein Assi! Mein eigenes Schiff fliegt in meinen Schuss rein und ich treffe den und treffe den anderen natürlich nicht. Was? Meine Systeme sind nur belastet. Ah, schön. Schön, dass du so viel schneller bist als ich ihn auf einmal nicht mehr sehe, Kollege. Willst du uns schon verlassen, Soldat? Alter, ich habe nur noch 10% Leben. Ja, momentan ist bei mir nicht viel los. Ich hätte gerne mal. Das Teamauswahl. Oh, jedenfalls im Anflug, ja. Schön. Ich bin getroffen. Alter, was ist hier los? Das ist... Nix. Schaden auf der... Unser Sternzerstörer hat seine Schilde verloren und ist ungeschützt. Konzentriert euch auf die Rebellenjäger an. Klatsch. Den hat sich oben an die Dings gelegt. Nee, ich steig. Oh, jetzt fahr doch nicht. Das war ja auch nicht schwer. Wir haben 7% Leben. Die gehört sich auch krank an. Feindlicher Jäger von hinten. Wieso trinke ich den ab wie so? Ich habe ein... Schön. Scheiße. Du geh ja. Ja. Ja, schön. Na ja, nein. Er ist doch schon mal ein bisschen... Positiver. Das war jetzt nicht mega positiv. Bei der ersten und ein paar mehr. Aber... So, komm mal wo denn da? Komm schon. Arsch, schlimm scheiß, scheiß Abstauber. Ja, kenn ich irgendwoher. Sehr unheimlich. Ja, schadet hin. Puh, der Nächste der mir noch Kill klaut. So langsam geversucht ist mir das völlig egal. Scheiße, Mann. Ja, jetzt hab ich den. Ja, manchmal kriegst du so ein bisschen auf Visier. Dann wiesst du so kurz an. Doch nicht. Ja, es ist gerade nichts. Das ist einer von uns. Da fliegst du schon so gefährlich durch Trümmer durch und dann treffen die dich trotzdem noch irgendwie. Was meine? Ich weiß nicht, der Abgeschütze sei ja irgendwo. Geschossen hab ich da noch auf unseren Händen. Alter, was fliegst du denn für ein Manöver, ey. Schüttle ihn ab. Jetzt hab ich ihn. Lange hat er sich gewehrt, aber irgendwann hab ich ihn doch gehabt. Ich hab grad so ein bisschen richtiges Gefühl. Ja, aber ich muss nur sagen, ich hab ja auch keine Händen. Toll, da hast du mal einen auf Visier und da wird er abgeschossen von dem anderen. Oh, der war knapp. Dann zeig ihn mir, er macht mir ein Blatt. Sieg. Puh. Oh, ich hab ne schöne... Ich hab nichts... Und ich hab die Herausforderung geschafft. Okay. Ja, stand der Pränken. Gewinne eine Runde, bla bla bla. Verstärmungspielverdruck. Ja, der war gut. Jetzt kann ich mich schon mit den Granaten machen, mich auch mal. Deutet, ich muss jetzt... Was muss ich denn jetzt? Ich muss jetzt noch ein paar Kills machen. Mit einem schweren Blaster muss ich jetzt noch Kills machen. Ja. Ich muss immer noch die E3 nehmen und muss immer noch meine zwei Kills haben. Mit den Dingern machen. Ja, ich hatte einen Kill hatte ich. Ich hab drei immerhin noch. Wie gesagt, ich hab ziemlich ausgeglichen damit. Ich hab gedacht, wir fahren ein bisschen mehr, aber... Was ist denn ein schwerer Blaster? Weiß ich jetzt grad nicht auswendig. Weiß ich jetzt grad nicht auswendig. Auf jeden Fall hab ich schon ein paar Kills mit dem schweren Blaster, aber... Hm. Gleich mal nachschauen. So, ich brauch nur meine Dings. Und geh rein. Besiege den Feind. Die sollte die meisten Gegner ausschalten. Gewinnt. Ich glaube, das ist trotzdem hier... Heißt, glaub ich, alles... Schwerer... Schwerer Blaster, zum Beispiel die RT 97C. Schwerer Blaster, T21. Jawohl, ja. Aber wie gesagt, ich werd's hier so machen. Langsame Internetverbindung. Warum hab ich denn langsame Internetverbindung? Oder will ich das überhaupt nicht? Warte mal, ich schau grad mal. Unsere Ping ist eigentlich vielleicht hoch. Das heißt, wir sind... Sind es. Dann rutschst du mal rein in die Menge. Erledigt die Sturmtruppen! Der Öffner, das rufe mich! Ich hab den ersten schon weg. Noch einer. Ich hab ihn. Hier. Hab meine erste Herausforderung. Du, Kills! Uh, ich hab einen Kopfschuss erzielt. Na, ich hab den Meinschwein, den müsse... Oh, da flog was runter. Komm raus, Kollege. Komm aus deiner Ecke raus. Scheiße! Mach das Tor auf, ihr Penner! Jetzt hätt ich den gehabt. Hi! Au! Da will ich auch nicht einen Fuß drunter haben. So, der ist ab. Achtung, links von uns. Ich bin's dem Versicherungsvertreter! Hoppala! Boah! Hier steht da mit einer Blaster-Kanode. Und dahinter stehen auch zwei Kollegen. Ich wusste, dass da so viel stehen, hätt ich ne Granate reingeworfen. Ja, die hätt ich auch keine. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo das war. Ja. Na, ich... Ich glaube, hier links war's. Ja, ja, der ist schon weggeräumt. Aber ich hab zumindest wieder einen Kill gekriegt. Ja, ja, das war schon weg, als wir... Ich glaube, ich hab den. Scheiße! Und was hat der gesch... Boah, kannst du den E3 meinen aufbauen? Aber die ist abartig, die Waffe! Wuuuh! Also die ist abartig. Die E3. Sie gewinnen die Oberhand! Nehmen Sie unter Beschuss! Ja! 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 Du blockst ihn mal her! Ja, du auch mal. Ja, du hast gerade hier viel! Ich hab's unter Kontrolle! Ich? Ja! Hehehe! Kurz, ich hab ihm grad ne Granate reingeschmissen. Aber ich hab was Hiss gekriegt, weil ich den einen erwischt habe. Ich konnte ihn eigentlich auch umkompensieren. Das ist aber für die Dons. Ah nein! Ah! Nee, guck mal! Ab ihn! Überstehendung, um haltung unseren Geraden. Was? Auch wieder mit diesem Thermal, die da nicht so nah tun. Fuch, der funktioniert nicht. Das ist ohne Belieb. Ich meine, schade. Ich weiß nicht, ob ich damit was habe. Scheiße, Asche! Die Rücken geschossen. Aua! Oh, shit! Schwerfeuer. Die hab ich überhaupt nicht mehr. Spielern in Gefahr. Ich kann den nicht rein drinnen. Ui! Ich ging auch nicht. Naja, war klar. Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Ja, da gleimt es aber richtig durch gerade. Was ist das? Und, und. Da kommt das! Das ist zu früh. Leider nicht, aber schade. Ach, das ist einer von uns. Ui! Vorsicht, die kommt von der anderen Seite. Ja, die kommt von so vielen Seiten. Tür auch dahin. Das ist scheiße. Du hast einen auf Visier, der geht nicht das Tür zu. Das ist aber immer kacke, ja. Wir haben es fast geschafft. Durchhalten! Wir haben nicht mehr viel Zeit! Oh, oh! Oh mein Gott! Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich ein erwischt habe mit der Tamar mit dem Titaren. Sie! Ich wollte gerade sagen, mein Controller hängt, aber wir haben gewonnen. 7 zu 7. Schade. Oh, du bist weiter? 9 zu 6, läuft! Ich hab doch noch 2 erwischt mit dem. Ne, hab ich nicht. Ich hab nur 1 erwischt. Schade. Die Runde ging jetzt grad richtig gut an... Ab! Boris! Alles.